der alte großvater und der enkel ein märchen der brüder grimm es war einmal ein steinalter mann dem waren die augen trüb geworden die ohren taub und die knie zitterten ihm wenn er nun bei tische saß und den löffel kaum halten konnte schüttete er suppe auf das tuchtisch und es floss ihm auch etwas wieder aus dem mund sein sohn und dessen frau ekelten sich davor und deswegen musste sich der alte großvater endlich hinter den ofen in die ecke setzen und sie gaben ihm sein essen in ein irdenes schüsselchen und noch das so nicht einmal satt da sah er betrübt nach dem tisch und die augen wurden ihm nass einmal auch konnten seine zittrigen hände das schüsselchen nicht festhalten es fiel zur erde und zerbrach die junge frau schallte er sagte nichts und säubste nur da kaufte sie ihm ein hölzernes schüsselchen für ein paar heller daraus musste er nun essen wie sie da so sitzen so trägt der kleine enkel von vier jahren auf der erde kleine brettlein zusammen was machst du da fragt der vater ich mache ein tröcklein antwortete das kind daraus sollen vater und mutter essen wenn ich groß bin da sahen sich man und frau eine weile an fing endlich an zu weinen holten also fort den alten großvater an den tisch und ließen ihn von nun an immer mit essen sagten auch nichts wenn er ein wenig verschüttete und dann fiere ich eine weile an und frau eine weile an zu schreiben aber dann haben wir den kleinen so ein bisschen außerbestimmt aber dann bekommen wir den kleinen so eine weile an der anderen eine weile an der anderen so ein bisschen unten detourced